Mein Name ist Lisanne Rode, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere in Bonn. Ich studiere BWL aus Richtung Nachhaltigkeit als duales Studium und mein Förderwerk ist die Friedrich-Naumann-Stiftung. Mir hat besonders gut gefallen, dass man hier einen tollen Austausch hat mit den anderen Stipendiatern, dass man sehr, sehr viel lernt, sowohl über Politik als auch über ganz viele andere Themen und viel dazu kommt, auch die eigene Weltanschauung und eigene Ansichten zu hinterfragen und zu erweitern. Demokratie bestalten bedeutet für mich, dass man in erster Weise eigentlich Spaß hat, weil es ist eine total spannende Aufgabe, gemeinsam zu diskutieren und man kann dabei auch kreativ sein und total spinnen und sich aber auch gleichzeitig sehr, sehr reiben. Also es ist eine unglaublich dynamische und aufgeladene Stimmung, aber in einer positiven Art und Weise.